Hallo und herzlich willkommen zurück, ich bin's Devitalize und wir sind bei der zweiten Folge und da ist immer noch der Scout. Hallo Scout! Hallo Devitalize, grüß dich. Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Devitalize. Vielen Dank Scout und wir haben noch einen dritten im Bunde von der Crew, das ist Mr. Flay. Hey Mr. Flay! Moin! Moin! Ja, ja, da sind wir nämlich wieder hier in der Crew und wenn ihr noch keine Crew habt, dann rucki zucki zu uns rein. Die Nextplay Crew ist hier am Start, also einfach mal bewerben, wir nehmen euch ziemlich wahrscheinlich. Flay, hast du 100 eingesetzt? Ja, dann gewinne ich wieder. Natürlich. Das hat nur einmal geklappt und seitdem nie wieder. Leider. Finanruh, sind alle vor mir, alter Schwede. Auf geht's! Lol, genau im Moment der Superstart gelingt, aber ich hab direkt einen Lag in Superstart und bleibt deswegen trotzdem auf der Stelle stehen. Wie sinnvoll ist das denn? Nein, 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 was macht ihr da, was macht ihr da, was macht ihr da? Alter, seid ihr bekloppt? Oh, da hat mich jemand vom Motorrad geschubst, tatsächlich. Das ist bitter. So. Du hast doch eh aufholt, wie der andere nicht. Ich bin doch gar kein Host, du. Nein, ich bin gegen das Auto machen, ich bin so schlecht, ich bin zu schlecht für dieses Spiel. Ich bin schon wieder Fürster, warum? Ich bin schon wieder Letzter, wie immer. Ich bin immer Letzter, immer. Ich kann dieses Spiel einfach nicht. Da ist Mr. Flay. Das finde ich nicht gut, dass er da ist. Das ist ein schissendes Spiel, das ist das schlechteste Spiel, was ich je gespielt habe. Oh, da ist noch einer hinter uns, Flay. Scheiße, wieso sind die so weit vor? Alter, wieso seid ihr denn so schnell, ey? Gerade. Ist Aufholen an hier? Keine Ahnung, ich hab's nicht drauf geachtet. Ich bin auch nur Dritter gerade. Zwar beide vor mir, aber das ist natürlich bitter. Oh, das war blöd, ich hab's gestreift dahin. Ey, Flay und die Vitalize, ich möchte euch gerne beiden mal was zeigen. Nein, wir halten nicht an. Ich kann gerade nicht, Scout. Kannst du ein armen Rennen machen, okay? Bin ich aber sehr gespannt drauf. Das hab ich ja jetzt aber nur hier im Rennen wirklich. Ohne Scheiß, das ist aber super geil. Das ist eine neue Mod. Oh, ich seh das Ziel, ich werd nur Zweiter. Scheiße. Und das Ziel buckt ein bisschen rum. Könnte sein, dass es beim nächsten Mal auch passiert. Wenn ich einmal so einen Grafikfehler habe, ist es nur bei GTA irgendwie im Moment, dann bleibt er auch. Also wenn ihr diesen Ziel-Bug seht, ich hoffe, man sieht's vielleicht auf der Aufnahme nicht. Manchmal ist es ja ein bisschen unterschiedlich, was einem Arm gezeigt wird und was der so captchert, aber dann ist das mein Ziel. Leider bei GTA habe ich schon mal so Problemchen. Captain Salami hat gewonnen. Captain Salami, gut, dem gönne ich das. Ah, 1000 Euro Wettverlust. Captain Salami. Tja, Fle, jetzt weiß ich, warum ich dich dabei habe. Da werde ich dich letzter. Oh, du bist dritter geworden, Scout. Du wusstest ja gar nicht, dass du das noch geschafft hast. Nice. Nice, nice, nice. Wir könnten mal wieder Host werden. Da könnten wir mal ein Rally-Match zeigen, unseren lieben, verehrten Zuschauern. Denn das ist richtig lustig. Ja, das wäre wirklich super lustig. Das wäre echt geil, wenn wir ein Rally-Match zu viert fahren könnten. Ja, oder halt auch zu acht meinetwegen. Das wäre egal. Ja, ja, aber es wäre zu viert erstmal zum Gucken mal ganz geil, wie es funktioniert. Aber was assi wäre, wenn du acht Leute im Raum hast, das Rennen startest und dann geht einer raus. Entweder Fahrer oder Beifahrer. Was macht dann der andere? Keine Ahnung, was dann passiert. Scout, geh mal raus, sag mal. Dann kriegst du einen Extrem-Spielverderber. Ja, dann kriegst du einen CPU-Fahrer. Hast du voll verkackt. Weil der hält schon die Verkehrsregeln. Hält bei jeder roten Ampel, Fluch. Klar. Und fährt höchstens 40 kmh, so in etwa. Das ist er, ja. Was passiert denn jetzt hier wieder? Gar nichts. Das haben wir gerne. Ich hab Ladebildschirm, aber das sollte man schon wissen. Was fahren wir denn als nächstes? Hoffentlich wieder Motorrad. Vielleicht hat er gerade wieder Lobbys zusammengeschmissen. Yo, Wavehack. Was ist denn da Renntyp Standard? Coupés. Okay, da habe ich ja wenigstens meinen eigenen. Eigene Fahrzeuge sind auch an. Von daher passt das. Käpt'n Salami kommt auch noch rein. Käpt'n Salami. Käpt'n Salami. Ein hervorragendes Tag. Jawohl. Der guten Rant mit der Crew Male. Da dürfen keine Females rein. Oder She-Males dürfen auch nicht rein. Nee, du kannst mir aber auch keine SMS schicken. Ja, nee, ich darfst nicht. Nur eine Mail. Oh Mann. Da hat noch ein Scan dabei. So, wir fahren mit unserem Lampardati. Natürlich Fellen GT. Getuned, selbstverständlich. Natürlich. Äh, ich würde ganz gerne das... Kann ich das noch machen gleich? Kann ich das Heck zumachen? Also das Ding zumachen? Null gewonnen, acht verloren. Das ist aerodynamisch, oder was? Ja, nee, wenn ich auf dem Dach einfach mal mich überschlagen soll, dass ich nicht direkt tot bin. Ich habe mir ja nicht so ein Gitter da reingepackt, wie viele das machen. Weißt du, ein Gitter damit nicht rausfallen kannst, wenn du eben das offen hast. Ja, ja. Aber das habe ich nicht gemacht. Shit happens. Shit happens. Totally rental hier im Hintergrund. Ich mach dich... Was? Kaputt? Was stand da? Ich habe es nicht gelesen. Mist. Okay, ich glaube, es ist defekt. Mein Dach ist defekt. Ich bin erster, weil ich einen Superstart hatte. Ich hatte auch einen Superstart, aber bin nicht erster. Du bist einfach immer schneller. Es ist einfach scheiße. Ich bin aber gerade extrem schnell, Alter. Also, ich meine, klar seid ihr... Ah, da kommt aber schon der Erste. Da kommt schon einer. Da kommt schon einer. Da kommt schon einer. Nein, was macht der? Was macht der? Was für ein Vollpfosten, Mann. Was für ein Vollpfosten. Ja, und der Dritte freut sich und das war ich. Was für ein Vollpfosten, ne? Unfassbar, wirklich. Wahnsinn. Na gut. Wahnsinn, sagt er in letzter Zeit immer öfter. Wahnsinn. Ja, ja. Ja, hast du einen Vollpfosten da einfach. Wer redet denn da? Ich weiß es nicht. Regt sich auf. Zurecht. Scheiße, scheiße. Jetzt habe ich natürlich einen groben Fahrfehler gemacht. Da sind die 1000 Euro... Was? Ich komme hier nicht raus. Ich muss natürlich außen rum fahren. Ich bin Sechster von Acht. Scheiße. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Na. Uh. Da habe ich aber gerade ziemlich schlecht gebremst. Also, wirklich. Ich fahre schon die ganze Zeit auf den zwei Hinterrädern. Das macht dich deutlich schneller. Das macht dich definitiv schneller. Das ist auch ganz praktisch. Alter, ich komme mit dem Cabrio gerade irgendwie... Ne, fahre ich nicht gut gerade. Aber wenigstens sehe ich da drei direkt vor mir. Danach wäre ich ja wieder auf dem dritten Rang. Aufholen an. Wenn ich die kriegen sollte irgendwann. Aufholen an, hast du wieder nicht drauf geachtet, ne? Ne, habe ich nicht drauf geachtet. Okay, ich habe fahre. Da habe ich aber eh keinen Einfluss drauf. Nein, nein, nein. Warum die Tram? Warum die Tram? Alter Schwede. Das war knapp. Warum die Tram? Warum die Tram? Dann kam die da gerade. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum die Tram? Warum die Tram? Rechts, links, rechts. Scheiße, S-Bahn. Da bin ich fünfter. Ich habe jemanden überholt. Wahrscheinlich hat der irgendwie verkackt oder so. Ja, Mann. Ja, ich. Danke. Ich habe dich überholt. Bist du sechster? Ne, ich bin siebter, weil ich richtig verkackt habe. Na gut, Flayer, aber da kann man natürlich jetzt auch sagen, naja. Okay, der erste und der zweite sind definitiv richtig weit weg. Da müsste ich jetzt schon ordentlich Glück haben, damit ich die noch kriege. Aber die beiden, die da vor mir sind, die sind machbar. Der Finanro und noch jemand. Deswegen wäre es halt interessant gewesen, ob Aufholen halt anders oder nicht. Ich weiß es aber nicht, aber normalerweise ist es ja immer an, ne. Also, die wenigsten machen das so aus, ne. Bus. Wow. Hinter mir ist direkt einer, leider. Der kriegt jetzt bestimmt wieder meinen Windschatten. Da raste ich aber aus. Sieht so aus. Jo, der kriegt meinen Windschatten. Scheiße, der hat ihn schon. Tja, Pech gehabt. Du hast dich gedreht, Kollege. Ich mich nur einmal und wieder nach vorne gestern. Na gut, immerhin vierter, wenn es... Ja, vierter Platz. Ah, Scout, was hast du denn gemacht? Wie viel da bist du geworden, Junge? Naja, naja. Fast hätte es gereicht. Zweiter? Ja, wir müssen jetzt sehen. Dritter. Der Flay ist noch nicht im Ziel. Was? Flay? Der steht da, der Flay bewegt sich. Ne, das ist der Letzte, das ist der Letzte. Flay ist aber auch noch nicht im Ziel. Ich schaffe es noch, okay. Jetzt. Ja, das ist gut. Der Chinese Mars. Der hatte keinen Bock mehr. Der hat da geparkt. Ja, der hat schon. Und der hat irgendwie Spaß im Auto, so wie das aussieht. Der tanzt. Also Spaß im Auto könnte man falsch verstehen. Da habe ich noch hinterhergefügt, der tanzt. Ne? Ah ja, naja, naja. Wieder 1000 Dollar verloren, weil ich auf mich gesetzt habe. Da kann man nichts machen, ne? Oh, sehr gut, Scout. Sehr gut. Ja. Ja, natürlich Daumen hoch von Scout. Wer kann es ihm verdenken? Alter Schwee. Ich war auch noch weit vorne, ne? Also wirklich weit vorne. Ja, das war aber wieder Wahnsinn. Das Rennen war bei mir gelaufen, als der mich gedreht hat. Und als dann natürlich, als ich dann die Kurve nicht gekriegt habe. Dann war es ganz vorbei. Ich hatte einfach Glück gehabt. Mich haben die ja auch versucht zu drehen. Aber ich bin irgendwie jedes Mal auf der Straße gelandet. Das war wirklich, das war wie ein Jazzi. Ja, ja, ja. Du musst halt auch gucken, wenn du weißt, dass die hinter dir sind. Gucken, dass du siehst das. So ein bisschen auf den Minimaps. So ein bisschen versuchst du den Weg schon abzuschneiden. Ja, aber damit drehst du dich oft selber. Weil wenn der dann nicht genau in deine Seite reinfährt, dann kannst du es auch schon knicken. Können wir mal schreiben. Ach, so wird es gestartet. Mist. Dass der Marelli vielleicht mal auswählt demnächst. Oh, da hat der Mail gerade zu seinen Kollegen eingeladen, aber zu spät. Ich habe ein Rennen mal gewonnen. Leute, das passiert nur bei jedem 30. Rennen bei mir. Wo ich setze es noch 500 ein. Auf mich, ne? Ja, auf dich setze ich nichts. Weil ich dich so überzeugt habe jetzt. Aber ich kann tatsächlich auf andere Spiele auch tippen. Also das geht schon. Wo ist denn der Flay? Da, Flay hat wieder 100 gesetzt. Na gut. Kann man machen. Muss ja. Es geht bergab. Motorradrennen von den engen. Irgendwas. Auf geht's. Okay, es geht bergab, Leute. Ich hoffe mit Verkehr. Na, nee. Ich starte ganz hinten. Der Motorrad hat nicht unbedingt einen Vorteil. Ich weiß gar nicht, wo man das abhängt. Ich glaube, das ist echt Zufall. Wo man startet, weil irgendwie das bringt nichts. Also, warum man jetzt vorne oder hinten startet, ich glaube, dass... Das ändert sich nicht. Oh, es kaut. Ich bin voll weggeschubst, ey. Wow, einen hat... Äh... Au, da müssen wir runter. Ich bremse da voll, weil ich denke, das kann doch nicht sein, dass wir da runter müssen. Doch, leider schon. Das heißt leider, aber... Müssen wir, ja. Reiße. Tot. Mist. Ja, ja, das ist gefährlich hier. Das ist richtig gefährlich. Aber... Ich komme noch gut durch. Ich bin in so eine Auswand reingekracht. Ah, der hat einen guten Torrad. Das sieht aus, wäre das... Im Story-Modus wohnt ja Michael hier. Und der hat dann... Alter, das war ja wohl... Ach, das war jetzt so... Wow, das war scheiße. Boah. Ja, ich glaube, wenn er jetzt keinen groben Fehler macht, dann hat er es eigentlich, weil... Ich glaube, er hat eine getunte Maschine. So fühlt es sich zumindest an. Nein! Nein! Ich fahre falsch! Warum? Nein, ich bin tot. Scheiße. Und jetzt sind es wieder zwei... Ah, fuck. Jetzt bin ich... Äh... Ich habe verkackt. Aber total, ich bin neben der Straße. Ja, mach doch F. Zum Resetten. Hab ich ja. Aber jetzt sind alle so weit weg. Ich war ja eh schon letzter. Oh, das... Nein! Ich wollte schon sagen, das war knapp. Okay, jetzt bin ich leider auch weg vom Fenster. Ja. Vierter. Ja, liebe Leute, denn ich brauche wirklich für so einen ersten Platz, ja. Da brauche ich so viel Glück, dass habe ich halt nur alle 30 Rennen einmal. Ich muss... Ich muss ja unbedingt ein Motorrad, muss ich mir machen, weil hier sind eigene Fahrzeuge an, so wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, klar. Ich fahre mir immer mal. Ja, ja. Und du merkst es total. Du merkst es total, ne? Also wirklich total. So, Leute. So nicht. So nicht. Jetzt kommt der Weteleisner, kommt ein Auto. Oh, 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 oh. Und keiner kann mir ja sagen, ich würde nicht genug üben. Also ich übe ja wirklich viele Rennen. Ja, ja. Ist auch gut so. Also brauche ich es ja auch, meine ich, damit. Ja, es wird aber wirklich besser. Ich glaube, das wird einfach nichts. Alter, das kann doch nicht sein, man. Die Straße ist kilometerbreit. Wieso fahre ich gegen die Straßenlaterne? Ich verstehe es einfach nicht. Oh, er ist abgefallen. Okay. Ich bin erster. Du hast euch einen erster. Was? Erster von sechs. Pepe Text hat das Spiel auch noch verlassen. Ich weiß nicht, wie das sein kann. Dann Disconnect. Ja, du? Nee, vielleicht eher, wenn er ein Spiel spielt. Ja, klar. Das kann ja sein. Also ich meine, es ist ja nicht immer Absicht. Es ist Absicht, wenn man kurz vorm Ende oder so das macht, wie wir einmal heute Mittag hatten. Ansonsten, wie gesagt, kann man halt auch immer so rausfliegen. Ich hatte das gestern wieder. Das letzte Mal, dass das da stehen blieb. Da war auch schon Frost. Ich bin dritter. Fuck, Alter. Jetzt ziehen die alle an mir vorbei, oder was? Ich habe den Punkt verpasst, weil er mich daneben gehauen hat. Ja. Scheiße. Was macht er denn jetzt? Alter. Jetzt bin ich vierter, nur noch. Der hat mich daneben gesetzt, Alter. Das ist, das ist scheiße. Sowas ist echt kacke. Naja, gut, okay. Kannst nichts machen. Jetzt bin ich nur vierter. Jetzt gehe ich natürlich auch volles Risiko. Oh. Nein. Dritter, dritter, dritter. Ja, dritter noch. Nein, ich bin noch dritter. Wir werden nur noch Rennen ohne Kontakt und ohne Verkehr gefahren. Oh Mann, wie ist das bitter. Oh, wie ist das bitter. Der hat mich so in Bäume aus. Und Laternen und alles mögliche. Alles. Also das ist einfach eine gerade Strecke. Die Punkte, auch keine Kurven. Ich glaube, ich schaffe es aber wenigstens noch ins Ziel. Ich bin aber diesmal ganz letzter. Aber ich habe es noch ins Ziel geschafft, wenigstens. Aber dritter, das war so ärgerlich. Hast du den runtergeschubst, oder was? Ich habe den gegen eine Hauswand gehauen. Ja, ich weiß nicht, ob das der war, der mich da neben dem Punkt gerammt hat. So wie ich das mit Scout fast auch gemacht habe. Nee, ich war auf Zweiter auf jeden Fall. Also ich bin Zweiter geworden. Und ich habe mit jemand anderem gekämpft. Und den habe ich weggehauen. Und deswegen bist du wahrscheinlich nur dritter geworden. Ja, das kann sein. Ich brauche auf jeden Fall eine eigene Maschine. Definitiv. Da sieht man es wieder. Das ist das. Ich fahre auch voll gerne Motorrad. Deswegen lohnt sich für mich die eigene Maschine sowieso. Ich wärme die auch jetzt. Ich fahre auch gerne draußen auch. Weil draußen kann man halt auch, wenn man schnell mal was machen möchte oder so, dann kann man das sehr schnell machen. Tja, das stimmt. Nein, nicht muscle, kamikaze. Das habe ich doch schon. Habe ich auch. Ich hatte alles, was da draußen ist. Außer das Flugzeugrennen. Von daher, müssen wir mal schauen. Muscle Cars, alter Schwede, ey. Habe ich doch gar keinen eigenen auch, ne? Ist natürlich bitter wieder. Ist wirklich wieder bitter. Aber solange der Wavehack Host ist, wird das wohl nix, ne? Ganz nix machen. Sitzung wird gestartet. Na toll. Scheiße, ich denke, der wird auch wieder ein Massacre haben und dann ist es vorbei. Ist der gerade erst geworden, der Wavehack? Nominator. 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 Gauntlet, ne? Müsste ich eigentlich nehmen. Gauntlet. Den Blade? Nee. Ich nehme den Gauntlet, komm. Einfach wieder die obligatorischen 500 auf mich setzen. Play die obligatorischen 100 auf sich und dann passt das schon. Straßenflitzer. Straßenflitzer. Äh, sechs glaube ich immer noch oder sieben mittlerweile wieder. Kannst du nicht sagen, genau. Schauen wir mal. Lieber Scout. Jaja. Ne, sechs glaube ich, ne, oder? Nein. Kein Powerstart. Boah, fuck. Na egal. Der Mr. Flea geht ab. Boah, alter Scout. Was hast du denn gemacht? Nee, du hast doch gesehen, da kam doch der LKW rein. Ja, ja, weiß ich, aber das... Oh, no. Ich hab dich angestoßen, Flay. Sei mir mal dankbar, Kollege. Das war ich nicht. Das war ich nicht. Das war's nicht? Bist du der Game, oder was? Nein, du Sack, Alter. Das ist ein Frisch-Habze. Was du da hast, hast du mich gestoßen? Nein. Flay? Nein. Das ist der Crew-Kodex. Okay, der geht nicht mehr. Das war... Das war kein Amst. Das war kein Amst. Du auf den... Du hast mein... Was hab ich? Ich fahr nicht gern Masse-Karte. Das mag ich nicht gern. Das war ein Gegner weggeholfen. Das fand ich tof. Und deswegen musste ich dich wegnommen. Scheiße, da ist er wieder. Der... Fennan-Ru. Leck mich am Arsch, ey. Hast du das gesehen, Flay? Ja. Ach, Mann, ey. Ich hab keine Lust mehr. Nee, ehrlich, ey. Das ist wirklich... Das ist echt scheiße, Mann. Missionen und alles echt gerne, aber das ist... Tja, Scout. Entweder man kann es... So wie ich. So wie Flay. Zack, runter da. Ach so, ich. Fuck, Mann. Das ist doch scheiße. Ach, nee. Das ist plötzlich scheiße, oder was? Nein, nicht schon wieder. Oh, Mann, 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 Mann. Wer ist hinter mir? Flay, bist du das? Wenn ich das anzeigen lasse, ich kann mir das anzeigen lassen, jawohl. Bitte, Leid. Ja, was denn? Ich hab ne Fahrzeugpanne. Kannst du mich abholen? In der zweiten Runde, ja? Kannst du schnell, während ich fahre, einspringen, okay? Alles klar? Nee, es geht nicht mehr. Ich bin ja auch schon in der zweiten Runde. Du musst mal kurz zurückkommen, bitte. Nein, 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 nein. Nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen. Alles, nur nicht drehen. Danke. Der erste ist weg. Der erste ist einfach weg. Wir haben guten Abstand zu dir hinter uns. Ja, toll, aber... Naja. Ich möchte den ersten ganz gern nochmal Gefahr bringen. Den ersten. Ja, das war ja ein lustiger Lag. Ich fahre einfach, alles okay. Und plötzlich Lag und Frontal zusammenstoß. Das hab ich auch schon, das ist doof. Und das will wegen dem Frontal zusammenstoß. Ich hatte echt auf meinem vierten Platz, auf dem ich fahre, echt einen guten Vorsprung gehabt. Und jetzt bin ich natürlich fünfter. Da war der erste, da war der erste, da war der erste, da war der erste, da war der erste. Dann krieg ich nicht mehr. Das Rennen ist zu kurz, ne, dafür. Was erlaubt er sich? Was ist denn los? Alter, Mann! Jawohl, ich bin der erste! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Der hat sich gedreht kurz vorm Ziel. Boah, supergut. Sehr gut, sehr, sehr gut. Dann gucken wir, ob der letzte auch noch ein Ziel kommt. Sieht aber nicht so gut aus. Ah, der ist weit weg. Obwohl, die Zeit läuft noch nicht. Jetzt läuft es erst. Ja, das schafft er. Das schafft er. Aber wie geil ist das denn, ey? Wie viel haben wir es gewonnen? Fünfter, ne? So wie ich das gesehen habe. Aber wieder nur durch Scheiße. Dritter. Wieder nur durch Scheiße. Oh mein Gott. Ah, er schafft es trotzdem noch. Oder auch nicht. Oh Gott, oh Gott, er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Alter, eine Sekunde. Herrlich, ich bin erster geworden. Das war ein sehr lustiges Finish. Ihr könnt jetzt ja nochmal zurückspulen und euch das nochmal anschauen. Das war sehr lustig. Und ja, sehr gut. Erster. Die Nextplay.de Crew ist wieder mal auf dem Siegertreppchen. Und von daher, macht es gut. Und bis zum nächsten Rennen. Oder den nächsten Rennen. Schaltet wieder ein bei der nächsten Folge. Bis dahin. Und ciao. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.